Und wieder ein Karaoke-Challenge. Ich will der Allerbestes sein, keiner auf mir war. Und allein wenn ich diese Allerbestes hauen. Naja, es ist Pokémon. Wo bin ich ja? Ich kann aber den Text jetzt weiter. Da war der Allerbestes wie der Wild. Pokémon, komm schnapp sie dir. Alles, was ich auch tu. Pokémon, oh mein bester Freund. Erzähl dir die Welt. Wenn sie erscheint, wird meine Welt strahlend hell. Und mein Herz schlägt schnell. Sie ist nicht zu versinnen. Sie ist wie ein Geheimnis, das mir niemand kennt. Sie sucht ihn. Ah, Tom & Cherry! Wir produz'n Dank für die Blumen. Vielen Dank, wir liebt von dir. Und Katz und Maus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wir lieb von dir. Die Sonne schickt einen letzten Gruß Verschwindet langsam am Horizont Und sie schickt mir den Abendstück ein Ist jetzt wirklich Schluss? Ist nur die Zeit vorbei? Bist die Menschheit, Dongle und Menscheneer Was war das jetzt? Ah, Moment, Moment, jetzt geh ich an! Power Rangers! Wo hat's denn das ausgegraben? Go go Power Rangers! Go Power Rangers! Yeah Power Rangers! Das ist noch dazu die erste Staffel? Oh wow, das ist aber alt! Flieg durch die Zeit! Hau nicht zurück, sei bereit! Geht es für ein Junge und Fehlkern Geht es durch die Bewege Dein Weg führt sich durch die Dunkelheit Keh ich für scheppze gehen Die durch die Zeit Inuyashuru! Das hat sie eigentlich auch mal wieder im Fernsehen zeigen Oh, Weihnachtsbaum-Kogage. Ich kenn den Text jetzt nicht mehr. Ich kenn's. Ich kenn's. Weihnachtszeit. Weihnachtsbaum, wir lieben dich. Toll, das Ende krieg ich hin, aber der Rest... Das haben sie ja schon verraten. Den Text weiß ich aber leider nicht. Auf Opening fand ich immer etwas doof. Das ist das. Human and the Master of the Universe. Ja, das ist das. In dem fand ich immer etwas komisch. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich kann nicht nix manchmal hintergehen. Xala. Hey Xala... Gib nicht mehr auf, ich weiß, nicht vieles billen hier. started zum Z cycler. Xala. Hey Xala... Lass uns jetzt... ...Market Dragon Balls... Irgendwie so weiter jetzt... ...Ehh... Was ist das denn? Ah, warte... Digimon! Digimon... Und dann da da, da da ... Ich weiß, es ist Digimon jetzt, aber ich komme jetzt in den Text nicht rein. Scheiße, wer das mit so den Anfänger kommt nicht mehr in den Text rein, aber es ist Digimon, ist auf jeden Fall Digimon! Ja, ich komme ... Was ist das jetzt? Äh... Oh! Kommt mir zwar bekannt vor, aber ich weiß jetzt nicht, was das ist. Was soll das sein? Was soll das sein? Es kommt mir bekannt vor, aber ich weiß echt jetzt nicht... Äh, ich komm jetzt nicht drauf, was das ist. Keine Ahnung. Also auf die Auflösung bin ich mal gespannt, was das war. Also... Ich komm jetzt nicht drauf. Ah, Conan! Oh Gott, die Texte kann ich doch gar nicht! Ah, ich kriege es ja hin. Hundert Jahre gehen vorbei, jetzt ist es soweit. Sie wollten meine Tränen sehen, doch ich hab nur geknacht. Äh... Denn ich wollte einer Spur, fiel heute noch wach. Und... Ja, hold up, ja, Mann! Wird jetzt Schluss gemacht! Was ist das? Äh... 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 Äh, was soll das sein? Nein! Nee, keine Ahnung, aber ich weiß jetzt echt nicht, was es sein soll. Nee, kein Schimmer. Wenn es mir einer sagt, dann weiß ich es wieder, aber jetzt so? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung! Nein! 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 Ich hör jetzt mal rein. Scham, ich tschuze viel, oder? Deine süßten Blüren geht nie auf Wir fühlen bei dir Meistern haben mich auf Dragon Balls So, das war's Ende!